Moin, ich bin's, eure Jana vom Lifehouse. Ja, heute ist Karfreitag und irgendwie gibt's gar kein Kochvideo. Dabei hab ich heute sogar meine coole Lifehouse-Schürze. Was machen wir denn da? Ja, ihr habt euch einen Livestream gewünscht zum Kochen und den werdet ihr auch bekommen. Und zwar nächste Woche Freitag, den 17. April. Und dort werde ich dann live für euch kochen. Und damit das Ganze nicht so langweilig ist, hab ich mir noch eine coole Challenge überlegt. Denn ihr dürft aussuchen, welche Zutaten ich nehme. Und ich nehme nur die Zutaten, die ihr vorschlagt. Das heißt, schreibt ganz fleißig unten in die Kommentare, welche Zutaten ich nehmen soll, damit nächste Woche beim Livestream überhaupt irgendetwas gekocht werden kann. Wir werden mal sehen, was für ein Chaos dabei rauskommt. Ich freue mich schon total drauf und wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund, ciao!